Wir haben mit Ihrem Fall Pecken und Vollerwerkskörper im Führerstechnik gekänzt und andere. Darüber hinaus ist die Erfahrung nicht freudig und Sie schauen zudem den Ruf Ihres Vereins Fortuna Düsseldorf. Bericht ist daher wieder sofort die Vollerwerkskörper zu löschen und das Adämmen der Servietten einzustellen. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.